Es schaut jetzt im Netz Leuten zu, wie sie Computerspiele spielen. Ja und du schaust dir Videos an, wo Leute Werbung wegballern. Hey Leute, ich bin's wieder, der lustige Mann aus dem Internet. Heute reden wir über die Pickup-Werbung. Und nein, wir reden heute leider nicht über Trucks. Manchmal hatte ich Lust, mir einfach ein dickes Auto zu nehmen und wegzufahren. Weg von all den schlechten, weirden und unnötigen Werbungen. Einfach wie die Menschen damals im Wald wohnen und in Speerschnitzen. Wir reden heute auch nicht über Pickup-Sprüche. Das ist sehr schade, weil ich letztens erst über die saugeile Seite soulmating.de gestolpert bin. Die geben euch super Tipps zum Ausgehen und die besten Anmachsprüche für euren Weg zum ersten oder letzten Date. Wie zum Beispiel den hier. Zu etwas späteren Stunde gehst du zu einer Frau, die mit ihrer Freundin da ist und sagst, Magst du Magie? Sie? Ja. Wenn sie Nein sagt, dann renn weg. Du? Dann leg bitte deine Hände in meine. Wenn sie das macht, sagst du ihr, sie soll die Augen schließen. Wenn sie hier auch mitmacht, dann gibst du ihr einen Kuss ohne Zunge auf den Mund. Entweder sie knallt dir dann sofort eine oder du hast zu gut wie gewonnen. Leute, ganz egal was ihr macht, geht einfach nicht raus und küsst random Leute. Und wenn das Magie ist, dann ist eine Anzeige wegen sexueller Belästigung jetzt Avada Kedavra. Die zaubert dich im Zweifel einfach direkt nach Azkaban. Da gibt es einen kostenlosen Port-Schlüssel. Da kannst du erstmal einsam an ein paar Dementoren nuckeln und über deine witzigen Anmachsprüche nachdenken. Du, charmant aber bestimmend, vergiss es. Ich bin nicht so einer. Sie? Hä? Wie meinst du das? Nun, erst erzählst du mir mindestens eins deiner Hobbys, bevor du mich verführen darfst. Jetzt mal ohne Witz. Wenn sowas funktioniert, dann lauft. Dann ist euer Gegenüber einfach nur ein Muggel. Der schwingt vielleicht einen Stab, aber vorne kommt nichts raus. Der denkt, an Louie Vera ist ein Zauberspruch zum Fliegen. Der denkt, das Kaffeesatzlesen von Professor Truloni auf dem Boden der Tasse funktioniert für eine Buchstabensuppe. Nein, wir reden heute nicht über Magie, nicht über Anmachsprüche und schon gar nicht über Harry Potter. Eigentlich schade. Denn wir reden heute über Kekse, aber bevor es hier endlich knackig kross knallt, muss ich euch super fast loben. YouTube macht echt Spaß, aber am geilsten ist es, wenn die Videos bei euch gut ankommen. Liken mit der WhatsApp-Gruppe aus dem KMNS teilen und mal da nativ googeln. Das ist alles kostenlos und bringt mir mehr als ein grünes Monetarisierungssymbol auf YouTube, also vielen Dank. Und jetzt, Pickup. Na, schneide schon, bele... Okay, tut mir leid. Ich weiß auch nicht, was mit mir heute los ist. Ich will gar kein Date, sondern nur irgendjemanden, der mich davon abhält, Herzprobleme zu kriegen. Leute, mein Herz schlägt so oft, ich hab überlegt, es beim Boxtraining anzumelden. Und warum? Weil Pickup mir damals Avengers Endgame gespoilert hat. Der hat einfach einen Typ in der Werbung einen Keks gefressen und gesagt, wer stirbt? Liebes Marketing-Team von Bahlsen. Warum? Was habe ich euch getan? Möge euch Thor's Hammer auf die Nase fallen und Endman in den Hintern kriechen! Ihr müsst euch vorstellen, die Werbung lief vor dem Film im Kino. Ich hatte nicht mal die Chance, nicht da zu sein oder nicht hinzuhören. Klar, ich kann mir die Augen zuhalten, aber IMAX bedeutet auch 2000 Dezibel zu Rounds, haut in deine Fresse! Ich hab überlegt, mich kurz aus der Existenz zu schnipsen, als ich wimmernd vor der Leinwand lag. Also, nachdem Pickup erstmal 200 Sympathie-Punkte bei mir deswegen eingebüßt hat, kam das Werbe-Orakel der Leibniz-Keks-Erfinder auf die Idee, mir jetzt auch noch online auf den Keks zu gehen. Haha. Keks. Hm, versteht ihr, ne? Hm. Die hießen früher übrigens Leibniz-Keks, aber weil 1898 noch keiner Englisch sprechen konnte, hat sie quasi jeder Karkess ausgesprochen. Karkess. Das ist gefährlich nahe Nominativ für Verdauungsprodukte. Ich rede von Kacke, falls ihr das nicht verstanden habt. Deswegen wurden die irgendwann mal in Keks umbenannt. Die sind dafür verantwortlich, dass es das Wort Keks gibt, Leute. Das steht im Duden. Also, wir waren ja anfangs schon bei der guten Dame, die sich über Gronkh aufgeregt hat. Das wäre ja wie ein Spot gucken, in dem jemand ein Pick-Up isst. Oder ein Video, wo irgendjemand sagt, dass ich mir im Internet anschauen kann, was ich will. Das ist das Schöne. Und wenn ich mir anschauen will, wie jemand Pick-Up-Werbung in den Restmüll mörsert, ist das meine emanzipierte Entscheidung. Und ja, Pick-Up-Beißen ist laut. Aber wirklich so laut. Das klingt, als hätten wir in Chernobyl auf den falschen Knopf gedrückt. Wäre beknackt, ne? Beknackt, weil es knackig ist. Das ist halt einfach ein Dead-Joke. Echte Schokolade, knackiger Keks. Echte Schokolade. Na du Gott sei Dank. Ich dachte schon, das wäre die Schokokake aus 1898. Mal ehrlich, seit wann ist das ein herausragendes Markenzeichen, das wirklich drin ist, was draufsteht? Unser Auto hat sogar vier Räder und ne Tür. Echte Schokolade, was soll denn da sonst drin sein? Falsche Schokolade? Ist das das, wo ich in Berlin immer reintrete? Was denkt ihr, was ich für ne Erwartungshaltung einem Keks mit Schokolade gegenüber habe? Soll ich jetzt denken, dass da ne Flasche Wasser im Sandwich ist, oder was? Letztens in so ner fancy Pop-Up-Eis-Deal. Ich so einmal Schoko und Vanille, bitte. Bitte Pick-Up. Macht mir jetzt nicht auch noch Speise-Eis kaputt. Was ist da jetzt drin? Ne Gabel? Und ihr habt zweimal Keks und Schoko. Wo ist jetzt das Problem? Wenn du das nicht magst, dann hol dir Zwieback! Ich hab ne Sorted Mayonnaise und Blaubeer-Bacon. Üh! Ne. Dann lieber ein Pick-Up. Okay, wow, Bruder. Als würde das jetzt ein Problem lösen. Du willst auch Schoko und Vanille-Eis. Und du nimmst einfach nen Keks. Junge, das ist weiter weg von Eis als das Klima in der U2, Bruder. Wo ist da Vanille? Wo ist da kalt? Wenn du ne Abgedrucken brauchst, frisst du jetzt einfach nen Keks, weil du keine Blaubeeren magst, oder was? Henna haben's heute echt nicht leicht. Nein! Der Kegelverein musste noch auf Gabi warten. Also, Türblockade. Ist das jetzt auch noch ein Spoiler für Game of Thrones? Die müssen alle auf jemanden warten und irgendjemand hält ne Tür fest, hm? Klingt irgendwie familiar. Und am Ende ist alles scheiße. Das steck ich doch lieber auf Flixbus um. Mit meinem Pick-Up. Flixbus? Ist das jetzt ein Placement in Placement? Oder geht's doch um Pick-Up-Trucks? Oder flirtet der Typ gerade mit mir? Ich will mich jetzt auch nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Ja, wir sind im dritten Stock, Leute. Aber ich geh mal davon aus, dass bei nem Flixbus auch die Klima ausfallen kann oder Gabi mal langsam sein könnte. Als ob es entspannter ist, 18 Stunden mit dem Bus zu fahren und nen Keks mit echter Schokolade zu fressen. Aber wie sagt man so schön? Und so zerbröselt der Keks nun mal.